Ich habe mich sehr gefreut über die Einladung. Ich habe mich sehr darüber gefreut, dass das Thema sozusagen dieses Thema Thema ist im Zuge eines solchen Prozesses in dieser Partei. Ich habe mich auch über das Papier gefreut, als ich das erste Mal gelesen habe, weil ich dachte, das ist richtig, das als ein übergreifendes Themengebiet zu begreifen, was sich nicht in einzelnen der Bereiche ergeht. Und dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, welche Form von Impuls, die in drei Minuten 40 möglich ist, in einem so großen Themengebiet, bei dem so viel zu tun ist. Und dann habe ich mich bei diesem einen kleinen Gedanken erwischt. Ich bin sehr gespannt, ob in dieser Arbeitsgruppe eine weiß-männlich-positionierte Person da ist. Und als ich jetzt mal die Teilnehmerin gesehen habe, habe ich gedacht, okay, ja, und ich glaube, es wäre ein Teil der Vision zu dem Thema, dafür zu sorgen, dass das Thema auch nochmal in einer anderen Härte diskutiert wird und auch nochmal in andere Runden hineingetragen wird um das Thema. Das kann sein, dass ich schon zu kulturpolitisch implementiv denke, aber Esra hat zum Schluss auch einmal das Wort Druck geradeaus gesprochen. Und ich habe mich überlegt, wie kommen wir denn dahin, dass das nach wie vor auch vielfach trotz aller Einigung über die Zielwerte begriffen wird, als so ein weiches Themengebiet, in dem sozusagen Zielsetzungen benannt werden und dann sagen immer alle, ja, das wäre gut. Wie kommen wir denn dahin, dass das sozusagen als ein völlig originärer Bestandteil auch von Denken und Handeln ist, wie alle irgendwie auch andere Vorgaben und Überlegungen im Kopf haben oder Zielwerte und Richtungen, dass das selbstverständlicher omnipräsenter geworden ist, als Themenfeld sich damit zu beschäftigen. Und deswegen habe ich gedacht, ich wollte heute noch einmal hier einen Impuls setzen zum Thema Monitoring, Statistik, Beobachtung und Transparenz der Prozesse in Strukturen wie sozusagen in künstlerischen Positionen. Und da rede ich nicht darüber, über sozusagen Verordnungen oder Vorgaben oder gar ein Sanktionssystem, aber ich rede wirklich über einen konkreten Zielwert, dass in einer Vision einer Kulturstadt 2050 man sehr viel über das weiß, was passiert, warum es passiert und wer gerade was macht. Und wo zum Beispiel eine Kulturinstitution gerade steht, weil sie sich im Zuge dessen, was sie zur kulturellen Vielfalt beiträgt, einfach äußert, dass sie öffentlich äußert, was da passiert ist, wie weit die Prozesse laufen, wie weit sich Dinge verändert haben, was ihre nächsten Ziele sind. Ich sehe das nicht bei allen Themenbereichen so, aber ich sehe das im Bereich kulturelle Vielfalt, wenn wir mit einer Diversitätsentwicklung, einer intersektionalen Diversitätsentwicklung wirklich weiterkommen, ein Punkt, den man durchaus als eine Positivvision formulieren könnte. Denn dass es sich hier um ein Visionspapier handelt und noch nicht um ein Maßnahmenpaket, habe ich verstanden. Und ich dachte aber, man müsste es schaffen, diesen sozusagen Einblick in die eigenen Bemühungen, die institutionellen Bemühungen, den Einblick in das eigene Scheitern an den Bemühungen, den Einblick darin, welche weiteren Schritte notwendig sind, um Strukturen zu verändern, in eine positive Vision umformen. In etwas, was alle Strukturen so unterschiedlich sind, eigentlich gerne machen. Wegzukommen von der Pflichtaufgabe hin zu einem sozusagen prozessorientierten Rückkopplungsprozess, in dem ich sozusagen erzähle über das, was passiert ist, über auch Fehlschlägeberichte, über Sachenberichte, die auch nicht geklappt haben. Und darüber auch eine Response und einen Austauschprozess mit anderen erreichen kann, der im ersten Schritt positiv als gemeinsame Schritte in die richtige Richtung konnotiert sind. Das ist jetzt eine ganz wilde Vision für ein kulturpolitisches Handeln, bei dem wir leider noch lange nicht sind. Aber ich finde, es wäre gerade in dem Themenbereich richtig, das nochmal systematischer anzugehen. Und der zweite Aspekt, der mir aufgefallen ist, den kann ich viel kürzer machen, weil der so einfach ist. Ich habe das Wort Kunst nicht drin gefunden. Ich habe viel von Kultur gefunden, von gesellschaftlicher Realität, von dem Gefüge. Und es steht aber nicht drin, dass auch eine Vielfalt der Perspektiven in den konkreten Inhalten und Narrativen von Kunst ein wünschenswerter Schritt wäre, den man, glaube ich, auch als konkrete Benennung nicht vergessen darf. Im Spannungsfeld zwischen künstlerischer Grundlagenforschung, was versteckt ist und vielleicht im ersten Blick nicht so viel Teilhabe ermöglicht, aber trotzdem eine Pluralität der künstlerischen Positionen erlaubt, was auch ein Teil einer vielfältigen Kunstlandschaft ist.